Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary hier aus Arena. Ja, endlich, endlich, endlich. Wir spielen leider Havoc, suchen und zerstören. Aber ich meine, ich habe hier drei süße Assistenten dabei. Das ist einmal der Autonom-EU. Ja, was, YouTube? Dann habe ich noch den Haptic Rush dabei. Summ, summ, summ. Die Hornisse summt. Und ich habe den Pie-Schu dabei. Ja, wo? Ja, alles klar. Pie-Schu spielt nämlich gerade... Ich habe hier diese geile Tagung auf der RK5. Die ist echt brutal. Pie-Schu spielt gerade auf einem anderen Account, weil wir gerade GBs gespielt haben. Nee, ich brauche es nicht. Einer ist unten bei mir. Oh, Pie-Schu macht natürlich... Einer ist bei mir im Wasser, ich bin down. Wasser? Weißt du, guck mal, die gehen auf Angreifer, teilen die sich auf, ne? Gem ist einfach nebenbei, hört man gar nicht laut. Was, YouTube? Bestes Video mal wieder. Ist ja nicht sein Video. Eben. Übrigens, Jungs, ich habe einen DX Racer hier. Könnt ihr kaufen. Kriege ich 80 Euro für, wenn ihr einkauft. Nein, Spaß. Klickt einmal auf die Website, kriege ich 88 Euro für. Einfach draufklicken. Und das wäre schon wieder quasi abgezogen vom Konto. Und das ist direkt auf dem PayPal-Konto drauf. Nice. Ach, übrigens, Domme. Ja. Wir sind gleich gut vom Score her. Oh, jetzt bist du schlechter. Was zum Teufel. Kann man gut hochladen, finde ich. Pie-Schu ist das ein scheiß Ernst. Eigentlich wollte ich... Weißt du... Irgendwie habe ich dich gebullshitet. Ich will den Leuten gute Unterhaltung bieten, ne? Ja, war doch. Live mit Raum, wo auch heute von Teammate gekillt werden. Entschuldigung, was? Jem ist der schlechteste Spieler der Welt. Jungs. Ja, ich weiß. Unter Sack meiner. Ich habe Connection, oder? Ja, Digger, du wolltest das doch eh nicht benutzen, oder? Doch, ich will das doch hochladen, immer noch. Und denkst du, ich werde das jetzt nicht hochladen? Warum habe ich Kon? Nein, jetzt gibt es kein Stolz. Nein, aber Digger, denkst du echt, dass ich das nicht hochladen wollte? Ich dachte, dich stört das, wenn ein Jam im Hintergrund ist. Nein. Ey, Digger, jedes Video wird so beinahe mittlerweile. Digger, meine Videos sind quasi, als würde man einen Livestream gucken. Ja. Und die Leute lieben mich noch. Also kann man in deinen Videos auch donaten? Ja, quasi ja. Bald kommt sogar eine Donate-Funktion auf YouTube. Nee, nee, aber ehrlich, das ist bei mir halt so. Ich lad halt komplett live, ungestoppt. Raptor! Hast du mal einen Bullet? Geht down, geht down. Wir alle hier lang rennen, obwohl wir verteidigen. Ja, weil die irgendwie nichts machen. Wer sch- Nein! Nein! Ich bin in den Top-Druck. Und der ist weiter. Hört man das alles? Ja, man hört immer dies. Nein, das Schmatz hört man nicht. Boah, Jonas spielt aber auch wieder so eine eklige Kombo mit Schnellfeuer. Ja, da hat jemand aufgepasst. Und geile Tarnung übrigens, Jonas. Das ist die... Halluzina-Swoens-Tarnung. Ich weiß. Halluzina-Swoens-Tarnung. Jungs, wem von euch darf ich nicht... Jungs, wem von euch darf ich... Nein, nein, hört auf! Lass uns das wenigstens jetzt noch normal zu Ende spielen. Das, was die Zuschauer sehen wollen. Äh, äh... Wir haben mich angst. Nee, schon abgeschaltet. Welcher Religion gehörst du an? Atheismus! Das ist keine Antwort. Mann, Digga! Oh, ich hab den Flash verworfen. Du hast... Du musst einfach nur sagen, du bist Moslem. Warum geht der da raus? Oh mein Gott, der pusht mich, oder was? Oh, ich wurde auf Long Range mit Shiva. Er ist hier auf jeden Fall gesprungen damit. Wo ist der? Äh, einer ist da links von dir. Da in diesem Dings-Da-Boomster in der Mitte. Der ist so... Ich kenn alle Call-Hauts. What the fuck, der ist da eben rumge... Ja. Oh, 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 oh! Alles klar! Haut rein! Bis zum nächsten Mal, Leute! Ali Shantro, bester Spieler der Welt. Ali Shantro, 3-4-3-2-1. Pichu, ähm, Con? Oder was ist das? Nee, das ist Großkaliber. Oh! Und langer Lauf. Nein! Ja, ich hab Rapid Fire auf meiner M8 drauf. Das waren einfach drei Schüsse, die ihn getötet haben, ne? Ja, Digga, was glaubst du, warum ich die Kombi spiele? Danke, dass du sie jetzt in meinem Video verbreitest. Ich liebe dich dafür. Ja, spiel sie alle. M8 langer Lauf, Großkaliber. Am besten noch Schnellfeuer drauf, Jungs. Dann seid ihr Götter. Wir nehmen doch auf? Ja. Du machst das Spiel, Kapitän. Dass ihr alle denkt, dass ich das nicht hochlade. Das ist doch mega lustig. Ich hab die hier hinten übrigens gestunt. Klar, schlechter. Ich chill einfach an der Base und es weiß. Boah, da fliegt der da. Ah, Digga, nein. So viel Essen brauchst du jetzt auch nicht, Digga. Hauptsache, ihr abonniert mich, Leute. Nur deswegen bin ich in dem Video. Oh, du hast den getötet, der hier vor mir stand, ey. Der andere wird bestimmt im Haus sein, oder? Oder ist er im Flugzeug? Alles klar, er hat mich einfach... Nein, oder? Ist er noch im Flugzeug? Ja! Er hat sich da hingelegt. Wo ist er denn? Nein, er ist jetzt aufgestanden. Er rennt unter Eingang ins Haus. Achso, okay, gut. Nices Gameplay-Tam. Boah, Jonas. Er aber treibt halt vollkommen seine Lage, ne? Wenn er mich jetzt challenge ist, sei der größte Retard. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit Alessandro los ist. Alejandro ist der größte Retard. Ach, er hat ja Alejandro. Das ist Ace, ne? Und guck jetzt, wie ich das Spiel klatsche, ohne mich zu bewegen. Er wird blenden, Digga. Er wird nicht blenden. Easy. Bitte, 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 wenn jemand so richtig geil darauf ist, ne? Spult zurück und guckt bitte, wie viele Bursts ich Alejandro gegeben habe. Jung, Alejandro hat fast einen Ace gemacht. Nur weil ich im Spawn lag, hat er keinen Ace bekommen. Er hat mich auch bekommen. Ich weiß jetzt schon. Ja, weil er auch laggt, wie Bullshit. Jungs. Hört doch auf! Jetzt Autofahren. Wie steuert man das Ding denn? Nein, hör auf, Jonas! Du willst mich doch eh damit töten, Alter. Ich geh jetzt einfach mal auf Full Sweat und blente die Bombe. Sweater. Ach ja, mein Sweater kann ich mittlerweile auch in meinem Merchandise-Shop kaufen. Guck mal vorbei, Jungs. Nice, das Spiel war sehr, sehr unterhalten. Dieses Video war ultra sinnvoll. Digga, das ist einfach so geil, dieses... Ich sag dir, die Leute werden einfach lachen, weil es einfach wieder so behindert ist. Darf mir 2000 Likes. Bis zum nächsten Mal, Leute. Jetzt gehört das 2000 Likes auf diesem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Liga-Video, wenn dann endlich die Regeln drin sind. Ja, ich kann es ja jetzt schon mal sagen. Wenn die Regeln drin sind und der Map-Pool und so, dann würde es auf jeden Fall ein Road to Master oder beziehungsweise Road to Rang 20 oder wie das da auch ist. Wir nennen es einfach eh Road to Master. Ich bin natürlich wieder... Und Jonas hält die Fresse und wir sehen uns im nächsten Video. Haut 2000 Likes raus. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüssi. 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 Tschüssi.